Mit Experten unserer Redaktion und den Insidern fahren wir heute ins Wolfsrudel mit dem Kick-Bass-Polo. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und welchen Wolfsangriff Hasenhüttl jetzt startet, das zeige ich euch. Let's start go! Ihr könnt natürlich weiterhin eure Liebe zeigen an uns und das macht ihr einfach, indem ihr einen Klick macht, das ist das Like, noch ein Klick, wäre das Abo mega, wäre absolut super klasse und damit gehen wir mal rein in den Rückblick. Alles auf Reset mit Ralf Hasenhüttl, der musste mit dem Spielermaterial auskommen, was er letzte Saison zur Verfügung hatte. Das ging immerhin weg vom Abstieg und dann rein auf Platz 12. Das Grundproblem war, er will Pressing spielen. Wir schauen uns heute mal in den Stats an, wie das denn lief und die sind heute ein bisschen metaphorischer. Bin ich da unterwegs, um die trockenen Stats mal ein bisschen cooler abzubilden. Wir haben Stat 1, die Wölfe sind scheue Tiere und zwar haben wir den PPDA-Wert, der liegt bei 14. Und damit ist man nur im Mittelfeld auf Platz 11, das ist Mittelmaß. Und man spricht, man lässt hier den Gegner, das Aufbauspiel lässt man erstmal machen. Er hat da noch nicht so perfekten Zugriff. Gerade Wind ist da jetzt auch nicht der perfekte Spieler dafür, der sich dafür eignet. Er eignet sich aber für was anderes und zwar für Stat 2. Wölfe sind ausgezeichnete Jäger und Wind war auf Torjagd und hat da auch gute Torbeteiligung. 11 Tore, 8 Vorlagen, 46% Torbeteiligung aller Wolfsburger Tore. Und ich habe das hier mal mit zwei Symbolen abgebildet. Einmal natürlich der positive Wert dadurch. Klar, Tore bringen natürlich Siege meistens oder helfen natürlich, um Spiele zu gewinnen. Das Negative ist aber auch, dass man sehr abhängig ist, dass man hier, ja, dass man das Spiel natürlich auch ein bisschen auf Wind dann ausgerichtet war. Und so brauchte man halt immer seine Tore, um auch dann die Spiele im letzten Moment dann zu ziehen. Amura greife ich schon mal vorne weg. Das ist ein richtiger Pressing-Spieler und der könnte hier eine richtig, richtig coole Rolle schlüpfen. Dann haben wir Stat 3. Wölfe sind Langstreckenläufer, aber tatsächlich klappt auch hier der Sprint ganz gut. 8.401 Sprint. Die haben wir hier notiert. Platz 2 der Liga. In Wolfsburg steckt mehr Noah Lyles als noch in Freiburg. Und hier aber auch die Balance ist natürlich wichtig. Das Draufgehen. Was bedeutet das? Man macht natürlich Räume auf und so war es auch in der letzten Saison. Deswegen, Wölfe kommunizieren auf verschiedene Weise. Die bellen, heulen und quieken auch. Und die Kommunikation war hier nicht immer auf Top-Level. Die zweitmeisten Verlagerungen zugelassen. Platz 17. 107 Stück. Damit geht man in den Liga-Keller. Das ist ein schwacher Wert. Also hier kam es immer mal zu Kommunikations- und Abstimmungsfehlern. Die führten dann zu einigen Gegentoren. Der Coach hat aber nun Zeit, seinen aggressiven Spielstil zu implementieren. Und hat dafür auch schon coole Spieler. Er hat Baku, Amura, Mele, Paredes. Baku müssen wir nochmal gleich sehen in der Kaderanalyse. Vielleicht geht er ja auch. Aber wie will man denn gegen tiefstehende Gegner spielen? Da war man oft ideenlos. Und deswegen würde ich einmal kurz die Regie bitten. Gib mir mal hier Teil 2, bitte. Teil 2 Kaderanalyse. Dann gehen wir rein. Und welcher Spieler sorgt denn hier für eine neue Idee? Auf jeden Fall gab es eine neue Torwart-Idee. Der Wolfsburger Kamil Grabara kommt vom FC Kopenhagen. War da zweimal Meister, Publikumsliebling. Und tatsächlich auch Achtelfinale gespielt in der Champions League. Abschied mit Tränen. Ja, auch auf Social Media ist der sehr aktiv. Und hat da mal das ein oder andere dubiose Posting. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Und er ersetzt Stammkeeper Kastilz. Den haben wir hier auch schon auf der Abgangsseite abgebildet. Und der hatte einen auslaufenden Vertrag. Den schickt es jetzt in die Wüste. Und mit 13,5 Millionen. Ja, das ist schon ein Ablösebrett hier, was Wolfsburg zahlt. Der teuerste Keeper der Vereinsgeschichte. Und da ist er so ein absoluter Top-Transfer. Und da steht Geschäftsführer Sport Peter Christiansen dahinter. Der hatte den nämlich auch schon nach Aarhus und nach Kopenhagen geholt. Und jetzt eben auch nach Wolfsburg. Er ist ausgebildet worden in England. Hat da die U18 und U23 in Liverpool gezockt. Und dann immer halt mit diesen Dänemark-Linen um die Ecke gekommen. Und ja, mit 25 Jahren. Aber jetzt auch mit einem guten Fußballeralter. Er hatte sich mal eine unschöne Szene, die Hälfte des Gesichts gebrochen. Deswegen trägt er zum Schutz eine Maske immer. Deswegen, das ist schon so ein Sicherheitssymbol. Aber auch schon sein Markenzeichen geworden. Deswegen, er ist der Mann mit der Maske. Den werden wir auf jeden Fall sehen. Und noch ein Satz, warum er auch ein wilder Charakter ist. Er wurde gefragt, was er an Kopenhagen vermissen wird. Was sagt er? Die gegnerischen Fans. Ja, willkommen in der Bundesliga. Das Leben des Brian hat mir gestern noch eine Präsentation zu Amura gehalten. Und das ist mal der zweite Spieler, den ich hier mal vorstellen möchte. Steckbrief in kurz. Er ist Algerier. Er ist 24 Jahre alt. Kommt aus Belgien vom USG. Und Laie beträgt 3 Millionen. Und er ist etikettiert mit einer Kaufoption von 14,5 Millionen. Das ist schon ein ordentlicher Batzen. Und eine ordentliche Boni-Vereinbarung kommt da auch noch on top. Also das wäre ein richtig teurer Neuzugang, wenn man sich den dann mit der Kaufoption nächste Saison dann sichert. Let's see. Er ist jetzt auf jeden Fall erstmal da. Und wir schauen uns mal an, was er da mitbringt. Vorne weg schon mal den Spielstil. Pressing. Das haben wir ausgemacht im Rückblick. Sticht. Dann haben wir flexibler Offensive Allrounder. Bespielt vorne alles. Kann auch den linken Flügel. Bespielen. Sturm. Flexibilität sticht. Starke letzte Saison gespielt. 35 Torbeteiligung. Wettbewerbsübergreifend. Hat auch einen sehr guten Pace. 36,4 kmh da. Wäre hinter Davis und Dingchi der Top-Sprinter der Liga, wenn er die nochmal auspackt nächste Saison. Also hier auch Torgefahr und eine starke Geschwindigkeit sticht. Schlauer und beweglicher Spieler. Progressiv mit Ball haben wir uns notiert. Und er hat auch Schnittstellenpässe und Halbfeldflanken im Repertoire. Also auch das Gesamtpaket sticht. Schwäche ist sein Temperament. Gelbe Karten. Timing. Sticht nicht. Und Bryant hatte mir nochmal akkreditiert, dass er auch sehr gut zu Jonas Wind ins Profil passt. Also Top-Neuzugang sticht. Fragezeichen, Ausfunkzeichen. Also ich sehe den schon sehr stark. Hat jetzt auch eine ganz gute Vorbereitung gespielt. Hat sich jetzt aber verletzt. Muss man sehen. Wird aber zum Saisonstart auch wieder erwartet. Dann haben wir neu dabei auch Dardai. Er gilt als spannendes, talentiertes, offensives Mittelfeldtalent. Gehört auch schon der U18-Nationalmannschaft an. Der Vertrag in Berlin bei der Hertha ist ausgelaufen. Dort hat er schon einige Einsätze gesammelt. Und ja, der wurde nicht umsonst geholt. Dem hat man bestimmt auch schon einige Bundesliga-Minuten zugesichert. Sonst wäre er nicht wahrscheinlich jetzt in die VW-Stadt gewechselt. Dann haben wir Kastels. Ja, den haben wir schon genannt. Der, den lockt es raus. Und wir haben hier zwei Fragezeichen. Fette, fette Fragezeichen. Die Verträge laufen nächste Saison aus. Da haben wir Maxence Lacroix und Riedle Baku. Beide Vertrag bis 2025. Und ja, hier sollte man wahrscheinlich noch mal Geld machen, wenn denn da Angebote kommen. Das wurde laut L'Equipe, soll hier schon, soll es hier schnell gehen bei Lacroix. Das wurde aber dementiert vom AZ, WAZ und dem Kicker. Die haben gesagt, da gibt es auch keine Angebote auf dem Tisch. Marktwert aktuell bei 20 Millionen von Lacroix. Und ja, wurde für 5 Millionen aus der Show geholt. Also hier hätte man ein gutes Surplus erwirtschaftet, wenn der dann geht. Ablösesumme, ja, wird wahrscheinlich auch in diesem 20-Millionen-Bereich liegen. Vielleicht ein bisschen drunter. Dann haben wir noch Baku. Der kam aus der Mainzer Jugend. Hat auch da ein Bild geknipst mit Hubi. Und der kam, ja, der kam für gar nichts. Der kam einfach dann aus der Jugend rein. Und liegt auch schon 7 Millionen, der Marktwert. Der könnte auch noch wechseln. Und da haben wir aber auch noch kein Angebot liegen gesehen. Dann kommen wir jetzt zu Gerüchten. Gerüchte sind ja immer ganz heiß. Wir haben mal Ismail Ducouré, 21, aus Straßburg. Der kann sowohl IV als auch defensives Mittelfeld abdecken. Und ja, ein Kauf gestaltet sich hier aktuell schwierig, weil der Verein möchte den gar nicht ziehen lassen. Deswegen, ja, ist da hier der Ansprechpartner auf stur geschaltet. Cidia hatten wir gestern drin bei Mainz. Cidia lockt es aber aktuell Tendenz Marseille. Deswegen ist man hier wahrscheinlich auch raus. Dann haben wir noch einen weiteren Mann fürs defensiven Mittelfeld. Das ist Joris Schotar, 22, aus Montpellier. 10 Millionen, sein Marktwert. Und ja, er ist aktuell im Gespräch. Aber hier haben auch andere Vereine Interesse. Von daher, ja, Ducouré haben wir schon genannt. Er ist halt polyvalent. Er kann halt auch den IV abbilden. Wäre vom Profil wahrscheinlich dann noch besser. Aber müssen wir sehen. Ja, Fazit ist auf jeden Fall gut möglich, dass Wolfsburg hier nochmal den einen oder anderen ziehen lässt gegen ordentlich Kohle. Und das dann auch direkt vielleicht reinvestiert. Wir erwarten hier auf jeden Fall dann auch, wenn Lacroix geht, auf jeden Fall nochmal ein bis zwei neue IVs. Und ja, Riedle Barco muss man dann auch sehen, ob man dann nochmal auf Rechtsaußenverteidiger sich nochmal neu ausstattet. Talente, da gibt es auch welche. Bennet Bröger, 18, offensives Mittelfeld. Deutscher U18-Nationalspieler. Hasenhüttl hat bereits seit Amtsantritt ihn auch dazu geholt ins Profitraining. Und hat jetzt auch in der Vorbereitung ganz gut mitgezockt. Ist ein sehr spannender Spieler, gerade mit dem Ball. Ein Mann für die Zukunft. Bringt auch eine coole Friese mit. Seht ihr hier schon mit einem Stirnband und lange Haare. Finde ich, ist ein ganz cooler Style. Und hier aufpassen, Bennet spielt bei Wolfsburg. Und Bennet, der spielt bei uns, Chefredakteur, wäre aber eher heute bei uns hier im Legenden-Schuppen, würde ich denen aufbringen. Dann haben wir ein ähnlich starkes Profil. Das bringt er mit David Odogu, 18, IV, U17-Weltmeister und mittlerweile auch wie Dardai in der U18-Nationalmannschaft. Ja, der kommuniziert ganz viel. Hat jetzt auch seine ersten Minuten schon bekommen in der Vorbereitung. Gegen Anderlecht hat er in der Halbzeit gezockt. Dann hat er gegen Lille sogar durchgespielt. Das ist auch richtig gut gemacht da. Und Hannover 96. Musste er in der 26. Minute vom Feld muskuläre Oberschenkelprobleme da. Also das ist ein bisschen doof. Aber er soll wohl auch zeitnah wieder im Teamtraining jetzt auch sein. Und ja, ist ein vielversprechender Spieler. Und deswegen bin ich auch ganz heiß, wie der sich entwickelt. Und ob der auch auf Minuten kommt, ich würde sie ihm geben. Dann haben wir noch Amuako. Den habe ich jetzt hier aber nicht abgebildet. Und auch 19 deutscher U19-Nationalspieler. Also echt hier viele U-Nationalspieler in Wolfsburg zugange. Also das ist schon echt richtig spannend. Auch Amuako könnte den nächsten Schritt gehen. Habt auch schon ein paar Testspielminuten gesehen. Paredes möchte ich hier noch nennen. 21. Auch ein ganz großes Juwel jetzt auch bei Olympia gewesen. Er mit 7,5 Millionen Mark. Wird auch schon ein ordentliches Sümmchen, was der auf den Schultern trägt. Also mit Amura qualitativ auf jeden Fall das Offensivspiel nochmal angekurbelt. Dann hast du einen coolen Keeper, denke ich mal. Auch hier ein 1-zu-1-Ersatz. Spannende U-Nazio-Spieler. Auch die finde ich richtig cool. Aber auf der IV-Position, gerade wenn Lacroix jetzt geht, da solltest du nochmal was machen. Und wer aber die richtigen Jungs aufstellen muss, das ist er. Teil 3, Trainer und Vorbereitung. It's a Ralf time. Ralf Hasenhüttl, die Dreierkette soll es wohl sein. So hat er es jetzt auch in den Testspielen gespielt. Das ist 3-1-4-2 oder respektive 3-4-2-1. Da mit zwei hängenden Spitzengegner hochpressen im RB-Style. Er natürlich als ehemaliger RB-Coach lebt das. Und dann Ball gewinnen und schnell umschalten. Dafür wurde jetzt zum Beispiel auch Amura geholt. Der passt perfekt in dieses Pressing-Profil, das Hasenhüttl haben möchte. Mit ein bisschen Transfergeschick kommt vielleicht noch der ein oder andere Pressing-Spieler mit rein. Profiteure habe ich mal hier die Zentrumspieler. Gerade bei diesem 3-5-2 bzw. dem 3-1-4-2 hast du drei Zentrumspieler. Und wenn da der ein oder andere vielleicht mal ausfällt, dann könnten unsere Jungs aus dem Transfer schuppen, könnten das schon lauern. Da habe ich Bröger und da dann natürlich direkt im Blick. Das könnte sehr gut passen. Test-Spiel-Check mit mir. Dreierkette soll es wohl sein in Wolfsburg. Favorisiert auch die Doppelspitze dann mit Wind, wenn der bleibt. Und Amura. Amura dann über die linke Seite. Könnte aber auch das 3-4-2-1 ausgepackt werden. Dann kommt Amura über halb links. Und haben wir einen spannenden Artikel heute gebracht. Ein anderer Spieler über halb rechts. Den zeige ich euch gleich. Kleiner Teaser für die Top 11. Ein kleiner Tipp, ist der drittteuerste Spieler der Vereinsgeschichte. Ja, aber hier kann man auch noch variieren. Wie gesagt, das sind die beiden Systeme. Und dann haben wir Spieler. Spieler haben wir natürlich auch im Blick. Und da habe ich mal Jakub Kaminski. Der macht das auf der linken Schiene richtig gut gerade. Wäre jetzt wahrscheinlich auch zum Start ein heißer Kick-Bass-Pick. Könnte nämlich rein starten. Paredes war nämlich bei Olympia mit den US-Boys. Hat dann viele Teile des Trainingslagers, der Vorbereitung natürlich verpasst. Und deswegen haben wir ihn so ein bisschen hier schon als Verlierer. Ihr seht ihn auch schon in der Dreierkette da quasi auf dem Bild. Da steht aber generell die Dreierkette. Die ist nämlich, ja, die machen wir schon als Schwachpunkt geradeaus. Testspiele aber auch immerhin zweimal schon zu Null gehalten. Aber insgesamt haben uns das schon einige Insider quittiert, dass man da nicht ganz happy ist. La Croix ist der Abwehr-Boss. Gerade wenn er geht, ist nochmal ein richtiger Abfall von der Leistung her. Dann haben wir Jens, Borneau und C-Sieger. Ja, das ist wohl nicht gerade die Top-Besetzung, die man sich da gerade wünscht. Deswegen legt hier auch nochmal der Fokus auf Neuzugängen. Hier könnte wirklich noch was passieren. Ja, bleibt ganz spannend zu sehen. Eine Sache noch, die ich gesehen hatte, und zwar Ralf Hasenhüttl hat seinen Sohn Patrick geholt ins Trainerteam. Der kommt nämlich vom Halleschen FC aus der dritten Liga, hat da seine Karriere beendet und ist jetzt im Wolfsburger Trainerteam. Also man setzt hier auf familiäre Unterstützung. Das ist, denke ich mal, ein ganz spannendes Rezept. Und ich setze auch auf familiäre Unterstützung. Ich grüße auf jeden Fall meine Hans-Dampf-League. Da wurde mir gestern schon Xavi Simmonds geklaut. Und dann schaue ich mal, wen Ralf Hasenhüttl denn in die Top-11 bringt. Teil 4, Top-11. Okay, let's go. Und dann gehen wir rein mit dem 3-4-1-2. Das haben wir ja so gerade herausgearbeitet. Im Tor ist er natürlich gesetzt. Grabara als Castils Nachfolger, 100%. Abwehr. Ich habe mir das letzte Spiel nochmal angeguckt gegen Como, 0-0. Ja, das fand ich schon, war so die beste Abwehrleistung, die ich da gesehen habe. Da haben sie es so gespielt, und zwar mit Lacroix über rechts. Da wir aber vermuten, dass Lacroix geht, haben wir hier erstmal ein Fragezeichen. Lacroix würde ich jetzt erstmal auf die Bank setzen. Borno haben wir dann in der Mitte und Cesiger als Linksfuß, als linken IV. Hier können aber, wie gesagt, auch nochmal ein, zwei Neuzugänge reinkommen. Deswegen ist es super schwer zu prognostizieren, gerade wenn jetzt zum Beispiel ein Vandenberg kommt oder so. Der schmeißt dann halt auch nochmal alles um. Aber wir gehen jetzt mal, wir haben es jetzt erstmal so. Und Lacroix könnte natürlich auch den Rechtsverteidiger machen. Rechter Innenverteidiger, wenn er bleibt, geben wir jetzt mal 20-30%. Wir haben hier eine relativ hohe Abgangswahrscheinlichkeit. Ja, Borno ist dann, wie gesagt, in der Mitte. Da könnte Jens aber auch der Ersatz sein. Wir haben Borno mal mit 60%, dann Jens mit 50%. Ich würde Jens hier aber auch nochmal kurz reinziehen. Und links, weil er auch der einzige Linksfuß da ist, C-Sieger mit einem klaren Vorteil dadurch. Haben wir 60% mal als linker IV. Auch hier könnte auch noch jemand kommen. Das ist auch total offen. Also wenn ihr mich fragt, ich würde hier auf der rechten IV-Seite die halb-nigerianische Abwehrkante bringen, Odogu. Aber ich heiße ja auch nicht Ralf Hasenhüttl. Dann haben wir Außenverteidigung, die Schiene. Das ist Mele auf der rechten Seite. Das coole bei ihm ist, er kann auch die linke Schiene bespielen. Also da gehen beide Seiten. Der ist ja sehr flexibel. Und er ist ein Leistungsträger und natürlich auch Nazio-Spieler. Also er ist erstmal einfach gesetzt. Wir haben ihn hier mal mit 80% drin. Kilian Fischer hat gegen die Regio-Auswahl im ersten Testspiel richtig gut geperformt. Drei Tore da und Assist. Wahnsinn eigentlich. Er ist aber einfach immer verletzt. Der war dann, zack, musste dann runter, war dann verletzt. Und der hat einfach so ein Pech. Also bei dem sieht man irgendwie, ich glaube, der hat es mega drauf. Aber da sieht man einfach, das soll einfach irgendwie nicht sein. Das ist da so ein bisschen der Pechvogel. Auch ihn könnte ich mir gut vorstellen über die Schiene rechts. Und dann könnte Mele zum Beispiel links rüber. Aber wir haben es jetzt erstmal anders gedribbelt. Wir haben auf der linken Schiene in unserer Top-11 Paredes mit 70-80%. Der hat aber jetzt gerade natürlich den Vorbereitungsrückstand, dadurch, dass er bei dem Olympiateam war. Und da sehen wir gerade zum Start Kaminski ganz gut. Sollte hier auf jeden Fall einen Shot bekommen. Auf langfristig gesehen sehen wir ihn aber eher 20-30% Paredes. Sollte da auch gerade in der Entwicklungsphase da viel Spielzeit genießen. Das gleiche gilt dann auch nochmal für Baku auf der rechten Schiene. Da wir ihn auf der Abgangskante gerade sehen, haben wir ihn jetzt ja auch gar nicht mehr gelistet. Und auf der anderen Seite gilt dasselbe für Rogerio. Er ist eigentlich auch Stamm-LV, aber der ist so verletzungsanfällig. Und der ist jetzt immer noch, hat immer noch laboriert an seiner Langzeitverletzung, die er schon vor drei Monaten herausgetragen hatte. Er ist aktuell auch gar nicht beim Team, deswegen er ist leider auch außen vor. Dann haben wir zentrales Mittelfeld, da haben wir Maxi Arnold relativ safe gesetzt. 80% hier könnte noch Schotar kommen, den hatten wir bei den Transfergerüchten. Wäre dann ganz spannend auf Doppel-6 oder Doppel-8. Die beiden dann können wir uns ganz gut vorstellen. Aktuell haben wir hier noch Gerhard gesetzt mit 60%. Hinter ihm dann Zwanberg mit 50%. Zwanberg ist aber auch aktueller Zeitpunkt auch verletzt. Das ist also echt ein kleines Lazarett hier in Wolfsburg. Viele, viele Jungs sind verletzt. Mann, Mann, Mann. Also das wird ein heißer Auftakt. Hoffentlich sind die alle fit zum DFB-Pokalstart. Dann haben wir offensiv den Mann, ja, Lovro Maier. Das ist quasi der Spieler, den ich jetzt mal enttarne. Den habe ich nämlich eben auch gemeint, als ich da angesprochen habe von den verschiedenen Taktiken, die man hier auspacken könnte. Ihn haben wir offensiv gerade, offensives Mittelfeld. Hinter ihm dann Wimmer. Also Maier 70%, Wimmer sehen wir 50 bis 60%. Ja, und wenn wir jetzt ins 3-4-2-1 gehen, das mache ich ja auch mal, dann könnte nämlich Maier der Mann sein, der über die rechte offensive Halbposition nämlich kommt. Da haben wir heute auch einen heißen Artikel gebracht mit einem coolen Zitat auch. Das hole ich ja auch noch ganz schnell raus. Die Position passt perfekt für mich. Ich kann viele Positionen spielen, aber wenn ich die Position wählen könnte, dann ist das die beste Rolle für mich. Also, das könnte schon ganz gut angehen, dass er dann darüber auch agiert. Und dann hätten wir vorne, hätten wir Jonas Wind, haben wir 70% gerade. Und Amura, daneben ist Gesetz, 100%. Der sollte hoffentlich auch schnell fit werden. Dann kann er nämlich auch im DFB-Pokal schon durchstarten. Spätestens dann hoffentlich zum Liga-Auftakt. Wir haben Behrens und Tomasch noch dahinter. Die beiden dann eher Backups, 50%. Ja, aber ich könnte mir das hier auch gut vorstellen. Entweder halt so oder halt dann, also so halt das 3-4-1-2 oder halt das 3-4-2-1. Und dann halt Maier ein bisschen weiter offensiver über den halben, über den rechten Halbraum. Ja, Standards ist bekannt. Und Chefsache hier, Arnold schießt die nicht erst seit gestern. Und Kaminski wäre auch noch eine heiße Alternative hier. Ja, wenn der aber spielt, das müssen wir halt sehen. Parade, das sehen wir ja auch da in der Top-L vorne. Und Baku, sofern der bleibt, der hat auch immer mal einen Standard genommen. Aber der ist wahrscheinlich vielleicht auch bald weg aus Wolfsburg. Wolfsburg, Elfmeter, Maier, letzte Saison 2 von 2. Maier sollte den Elfmeter schießen. Und was schieße ich jetzt? Ich schieße euch mal das Auftaktprogramm rein. Teil 5, Auftaktprogramm. Ja, also ich hatte eigentlich Gladbach mit dem schwersten Auftaktprogramm schon eigentlich ausgemacht für mich. Aber Wolfsburg hat sich da gedacht, das bekommen wir auch noch schwerer hin. Also es geht erstmal los, Heimspiel gegen Bayern München. Dann geht es nach Kiel. Dann zu Hause gegen Frankfurt in Leverkusen. Und dann zu Hause gegen Stuttgart. Also das ist für mich die absolute Vollkatastrophe hier. Also Holstein musst du schon gewinnen. Ansonsten wechselt Wolfsburg wahrscheinlich nicht nur die Spieler, sondern vielleicht sogar auch die Verantwortlichen. Und damit gehen wir mal weiter in die Prognose. Teil 6, Fazit und Prognose. Ja, und es gibt aber Mutmacher hier. Es gibt Mutmacher. Maxi Arnold, er macht mir Mut. Er ist nämlich back seit Spieltag 16. In der letzten Saison hat er wieder so seine Leaderrolle übertragen bekommen. Er bringt halt schon wieder so diese Standardgefahr und hat diese Strahlkraft. Einfach ist auch einfach eine Identifikationsfigur in Wolfsburg. Und dann haben wir Hasenhüttl. Der hat jetzt nämlich die Vorbereitung für seine Mechanismen und kann da seine passenden Spieler jetzt ins System kippen. Auch das sehen wir gut. Und auf die schwere Saison folgt häufig eine befreiende Saison. Auch das ist für uns ein Mutmacher. Und was nicht so gut ist, da haben wir viele Fragezeichen hier in den Problemzonen. Unklar ist noch, was wird aus Wind? Kann man ohne ihn? Was wird generell aus den Spielern? Wer geht und wer kommt? Das ist ja irgendwie noch ein ganz offenes Puzzlestück. Dann haben wir, es fehlt der absolute Überspieler. Also so einer, so ein Ausreißer, so ein Superstar, habe ich hier auch geschrieben, der das Team einfach auf ein ganz anderes Niveau hebt. Also der fehlt uns hier. Und wir haben auch noch notiert, wenig Power aus dem Umfeld. Auch irgendwie da fühlen wir auch nicht so richtig den Vibe. Und damit kommen wir mal zum Club Rating. Die Top 11, da gebe ich zweieinhalb Sterne. Auch gerade wenn Lacroix und Baku gehen, da haben wir hier nochmal einen richtigen Verlust. Auch Aster Wrangst, der hat auch nur noch einen Vertrag bis zur nächsten Saison. Auch er könnte gehen. Also hier hätten wir schon mal einen Qualitätsverlust. Ich finde aber auch Amura ganz gut. Aber es sind hier generell einfach noch viele Fragezeichen. Selbst hinter einem Jonas Wind, was ja eigentlich auch dein Top-Stürmer sein soll. Da ist auch nochmal, ja, ein Fragezeichen hinter dem Zielspieler. Trainer gebe ich mal zweieinhalb Sterne. Der hat das Team immerhin stabilisiert, aber hat jetzt auch, ja, noch nicht komplett überzeugt. Muss man auch sehen, ob er seinen RB-Stiefel dort in Wolfsburg entfachen kann. Dann haben wir noch den Kader. Da gebe ich drei Sterne. Finde ich eigentlich ganz cool. Also gerade auch die U-Nazio-Talente, die man hier hat im Talentschuppen. Man hat Parades auch noch. Man hat einen Wimmer. Ich finde einen Wimmer echt richtig spannend. Der hat dieses Bielefeld-Niveau, aber aus dieser starken Saison auch noch nicht aufs Wolfsburger Feld bekommen. Deswegen erst 23, hat auch mit 15 Millionen einen riesen Marktwert hier, hat man eigentlich auch schon einen riesen Gewinn erwirtschaftet. Ja, das sind eigentlich so richtige, hier schlummern eigentlich Kracher, aber die sind einfach noch nicht losgekracht. Deswegen mal gucken, ob die in der nächsten Saison einen Krach machen. Verein fühle ich nix. Das habe ich jetzt zwei Sterne gemacht. Ich gebe dem VfL Wolfsburg hier zweieinhalb Sterne und wir ranken den VfL ein auf Platz 13. Mein Unterschiedsspieler, das ist, hey, Arnold, er ist mein Mann. Er ist der Sniper, er ist der Standardschütze. Er hat die Erfahrung, er kommt sogar auch noch aus der eigenen Wolfsburger Jugend. Also er hat hier komplett alles durchlaufen. Ich gucke hier nochmal kurz rein. 347 Bundesligaspieler. Also wenn hier einer der Chef ist, dann ist er das. Er ist nämlich auch der Kapitän des Teams und, was ist er noch, Identifikationsfigur. Das habe ich auch schon gesagt. Er muss es richten für den VfL diese Saison. Apropos richten, wir haben richtig coole Picks für euch ausgerichtet. Die findet ihr in den Shownotes. Auf jeden Fall mal abchecken, ein paar heiße Jungs sind wieder dabei. Dann haben wir die Teamchecks. Auch die sind hier wieder angerichtet für euch. Also checkt die mal ab und dann würde ich euch einfach nur einen geilen, geilen Tag wünschen. Und sag hier mal mit. Morgen übrigens Hoffenheim. Ich gucke hier Wenn ich euch gerne noch einen öffnen, gehalten 그래요. Also jump da hin und dann gefaltet. Ich gucke hier auf dieiaoinung. Ich gucke hier auf die E-Bahn-E-Bahn-E-Bahn-Ne-Bahn-E-Bahn-E. Bis zum nächsten Mal.